Es gibt mehrere Arten von Leuten, die in die Spiele spielen. Es gibt die Typen, die so wie ich aus Fun spielen. Die nutzen zwar nicht unbedingt Cheats, obwohl das natürlich auch geht, sondern die nutzen auch halt Mechaniken für den Spiele. Die sind halt schlau genug oder auch realistisch genug, bestimmte Mechaniken herauszufinden und diese auch zu nutzen. Wie ich zum Beispiel, wo ich nur die Kante minimal mit der Ecke berühre, in einer runden Kante, kaum Geschwindigkeit einbüß, und da würde ich halt schnell werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017